Ich möchte... Oh Gott, was ist das denn? Weiß ich nicht. Wir sind noch in Stadt 1. Das war für Stadt 3 irgendeine neue Karte oder so. Oh mein Gott. So, warte. Aber wir spielen das jetzt nicht normal, oder? Achso, nee. Oh Gott, hab ich das gemacht jetzt? Ja. Ich muss fahren. Jetzt kommt man nach Hause. Oh, jetzt gibt's Anschiss vom König. Zwiebelkammer, ja? Zwiebelkönig. Oh Gott. Ich will keinen Anschiss vom Zwiebelkönig. Ich auch nicht. Wir sind voll schlechte Köche. Mann. Oh, guck. Oh, Kevin! Kevin! Der sagt gar nichts. Achso. Nein, sprich ich nicht an. Seid gegrüßt, meine kleinen Freunde. Wir schreiben jetzt das Jahr 1995. Wir haben jetzt zwei Jahre gearbeitet. Es ist zwei Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Achso. Die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen. Eure Reise kommt gut voran. Ihr werdet allerdings an euren Zusammenarbeiten arbeiten müssen, wenn ihr euch den Herausforderungen stellen wollt, die euch bevorstehen. Reist gern Osten, wo euch mehr Küchen erwarten. Und nun geht, meine Freunde. Okay, peace. Tschüss. Der hat so gut, der kann die ganze Zeit schlafen. Guck mal, jetzt müssen wir in eine Wüste. In eine Wüste. Warte mal, müssen wir zurückfahren. Fahr übers Wasser. Ja, sicher. Jesus ist mit uns. Ach nee, das war ja nicht Jesus, gell? Das war ja Moses. Moses war da. Das bist du denn genug, ey. Ach, Jesus kann alles. Das ist ja, wer weiß. Jetzt müssen wir aber schon Tortillas oder sowas machen. Oh lecker. Oh Gott. Oh nein. Ich habe es gesehen in einem Video auf YouTube. Das wird mega kacke jetzt. Das wird mega kacke. Katze und Waschbären. Das kann ja nichts werden. Okay. Quitsch, quitsch. Oh. Oh Gott. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Was? Ich bin runtergefallen. Kannst du da nicht wieder hoch? Kann man da irgendwie springen? Kann man da irgendwie springen? Oh. Nein, man muss jetzt warten, muss sie zusammen fahren. Ernsthaft. Okay, warte. Ich hau dir was rüber. Ach nee, das müssen wir da schneiden. Oh Gott, ich muss dir das geschnittene rüber. Das geschnitten Brot. Das geschnittene muss ich dir rüber schmeißen. Gut. Ich brauche Salat. Ja, das ist schön. Den habe ich jetzt natürlich nicht. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen nochmal Salat. Schnippel ich. Ach, jetzt habe ich Fleisch. Oh mein Fleisch. So, nochmal jetzt noch Salat. Bleib oben, ich gebe dir den Salat gleich hoch. Ich kann ja schnell rennen. Ja, okay. Aber es ist egal, du hast ihn da hier in der Seite. Ich brauche einen Patty. Ja, warte, hast du hier? Ach so, da muss das hin. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, jederzeit. Das Brot hast du oben bei dir, ne? Ja, das habe ich bei mir. Nimm! Ritt! Oder stirb! Alter, ich habe hier so viel rumliegen auf dem Boden, ey! Ich schneide jetzt einfach von allem immer ein was. Und der nimmt das doch immer nicht so richtig hoch. Ne, eine Tomate möchte ich jetzt nicht. Das möchte ich jetzt nicht. Oh Gott, oh Gott, ich werde das so blöd gefallen. Ich brauche Fleisch. Ja, ist hier. Wir haben auch welche. Ich mache jetzt erstmal zwei mal Fleisch. Das eine mal lege ich den noch schnell rüber. Da. Okay. Mach das mal langsam mit. Mach jetzt noch ein Fleisch. Nein! Ich habe es runter geschubst. Das liegt so nah am Rang. Dann heb es auf. Das essen die auch noch. Wir haben ja bis jetzt alles gegessen. So, bitte. Nein! Ich habe es nicht einmal geschnitten. Wieso tue ich sowas? Na, dann musst du auf die Tomate jetzt warten. So. Richtig. Die hast du rüber geworfen? Nee. Lässt du nur fallen? Das ging, aber ich weiß, dass es irgendwie ging. Du hast Crabbies, ne? Oh, das ist schon wieder runtergefallen. Du hast Pettys. Wollettys! Ja, 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 ja. Schwert euch doch mal nicht immer. Die alte Oma ist kein D-Zucht. So einen Salat brauchen wir noch. Nee, den Salat hast du irgendwie genug. Den Salat habe ich ja. Dann mache ich mir noch eine Tomate. Oh nee. Die sind mega schlecht. Hier, Freddy. Ja. Tomate. Das ist hier aber auch echt mies, ey. Der Salat. Nee, den nehme ich jetzt, dass er nicht mal hält. Erste noch einen Freddy. Oh Gott, ich bin ohnegefallen. Tomate. Scheiße. Soll ich dir irgendwann helfen? Ich weiß nicht. Ich komme gerade nicht klar. Mir fehlt ein Brot. Ja, mir fehlt irgendwie alles. Koordination. Das mache ich mit hier. Ist ja auch doof. Du hättest bloß ein Dings gebraucht. Das ist ein Brot und ein Brötchen. Ein Brot und ein Brötchen. Ja. Das war ein Brötchen. Ist doch ganz einfach. Komm, den kriegen wir noch. Nein, ich wollte den einen noch abgeben. Mann. Die sind schlecht. Nochmal. 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 Guck mal. Essen auf Rädern. Das ist schon echt so ein bisschen. Das ist echt ein bisschen anstrengend, ne? Ja, so ein bisschen. Wir müssen uns jetzt anders organisieren. Na, ich gehe oben hin und du machst unten. Mal gucken. Okay, wir können das ja mal versuchen. Also viel Fleisch auf alle Fälle brauchst du. Das habe ich gerade festgestellt. Okay. Salat habe ich hier zu viel gemacht. Okay, dann machen wir mal. Und Fleisch zu wenig eigentlich. Also, ich habe jetzt das vergessen schon wieder. Nicht schlöpig. Ich muss ja auch nochmal antreten. Okay, dann machen wir zuerst das Fleisch. Äh, ja. Ich nehme ja auch mal eins so lange, wie das man nicht zusammen ist hier. Achso, Salat und Tomate auf jeden Fall. Das Fleisch kannst du mir gleich rüberschmeißen. Und noch mal ein Rot. Scheiß Rollstuhlfahrer hier. Scheiß Krüppel. Nimm doch die Pfanne weg. Salat. Ich brauche Salat. Am besten jetzt noch, sonst habe ich ein Problem. Ja, ja, ja. Nein, okay. Du bist aber gleich wieder mit bei mir. Ach nee, warte. Der ist noch gar nicht fertig. Nee, ich bin hier. Leg doch die Pfanne weg. Und wir nehmen auch den Salat, Kunde. ich brauche salat und fleisch ja ach so sehr gut aber den bräuchten nicht nehmen doch die pfanne jetzt weg kuhar das fleisch ich gehe wieder runter ich war hier 5000 mal mit meinem rollstuhl über das fleisch das brauchst du salat salat auch ein teller das klappt aber habe ich das ein bisschen besser ich habe hier einen vorbereitet schmeißen wir dahin hat die auch teller was mache ich denn ich habe sie noch rüber geschmissen und bin totgefallen alles gut ich bin sehr froh dass wir heute pappteller benutzen ich befürchte nicht wir waren so gut 120 zwei gottverdammte punkte wir müssen zwei sterne das minimum alle guten dinge sind drei wieder so dass du oben ich unten aber man blinzelt auch voll wenig ja wenn wir es wieder so machen oder umgedreht oder durcheinander irgendwie ach so ne warte das fleisch nehmen das bin auch für nie was zu erzählen schmeißt du den salat noch über den brauchst du für den nächsten nein salat bleibt hier brötchen bleibt noch was mache ich denn was ist denn immer mit dem brötchen ich werde bekloppt ich werde bekloppt jetzt habe ich das brötchen auf das fleisch ich will einfach tomaten kopieren ja sofort ich schmeiß dir da noch alles hin vielleicht schaffe ich es doch leg doch die verdammte pfanne weg nein jetzt habe ich es runter geschmissen nicht schlimm verdammt wieso nimmt er denn diesen scheiß nimm doch die bolette aufmann jetzt nimmt er den burger du sollst die bolette nehmen so oh warte mal ich habe ja schon einen fertigen burger sieht rot jetzt hat er da noch ein fleisch ich kriege die kretze ich habe den fleisch wieder reingetan der nimmt es nicht auf hier nimm es auf ich habe den fleisch wieder rein getan sehr lieb von dir ich brauche Brötchen lass das blöde drecksfleisch liegen man herr ich habe den fleisch still in den fleisch die kreis ich habe die kreis ich habe den fleisch Ich hab mich jetzt in den Tod gestürzt, damit ich dir nur was da lassen kann. Leg doch die scheiß Pfanne da nicht hin. Da liegt noch ein Patty auf dem Tisch, gell? Da kann man aber auch nicht viel reden, gell? Ne, das ist sehr sehr anstrengend. Ich koche Fleisch. Ist eins in der Pfanne? Ja, ich koche nur eins. Es ist nicht fertig, das Fleisch. Das schaffen wir nicht mehr, hat doch euer Reise. Es ist wohl eins schafft man auf den Einen. 136, wir haben es. Ja. Also bis jetzt ist es echt Teller. Bis jetzt ist es echt schwierigste Level. Gut, lass sieben Sekunden, ich hab mal nichts mehr. Boah, wie anstrengend. Weil du... Das Problem ist, du musst unten immer so viel vorbereiten, damit du das nur noch rüberschmeißen musst. Ruhig wahr. Wenigstens... Nach drei oder... Boah, ich kann jeden Koch verstehen, ist voll anstrengender Job. Es ist voll anstrengender Job. Würde ich's ihm machen. Ne, es ist wohl wahr. Vielen Dank! Wie viel ist das? Ja! Ich durfte fahren jetzt. Nein! Du bist da mit deinem... Oh, was ist denn jetzt? Ein Restaurant? Das sieht schon wieder so viel aus. Der Rollstuhl ist einfach so geil. Der spielt sich scheiße, der Gast. Äh, du ne? Ja, ja. Ja, ich. Was ist denn? Also, du musst schnibbeln. Oh Gott, wir müssen irgendwie beide schnibbeln. Ich bereite das... Ich bereite schon mal Zwiebel vor. Es ist doch aber jetzt eine... Leg einfach zu mir rum, ich schnibbel. Ah, okay. Bitteschön. Bitteschön. Und leg mir wieder rum. Kriegt das Ding Füße? Welches Ding kriegt Füße? Ich habe eben da eine gehackte Zwiebel hingelegt. Die hat Füße gekriegt. Die ist gelaufen. Die ist so? Ernsthaft jetzt? Die ist gelaufen. Warum? Wieso? Ach, du hast da los. Wieso? Wieso? Die ist weg! Die hat eine Maus vielleicht geklaut, was weiß ich. Guck mal, guck mal. Was ist das denn? Da sind Mäuse rum. Guck mal, die klauen. Ich brauche Tomate. Ist im Top eine? Na. Nimm doch. Oh nein, ich komme in die Tomate nicht ran. Nein, sie klappt! Gib mir die Tomate wieder! Die ist weg mit der Tomate. Veröschung! Puppi! Leg die doch weg! Was rettet sie? Leg mir die Tomate rüber. Und rette die Tomatensuppe. Und Tomate, bitte. Warte, ich tue es rein. So, bitte. Was brauchen wir jetzt? Zwiebel. Achso, ja. Ich schaffe weg die Suppe. Kümmer dich um die Suppe. Okay. Achtung, Mäutlein. Na, hau sie! Hau sie! Oh, scheiße. Wie hau ich die denn? Mit X, glaube ich. Mit X tue ich aber hacken. Ja, deswegen ja. Hack sie halt klein. Siehste? Nein. Oh, tatsächlich. Ich hab sie geboxt. Lass du's! Du musst mal nach der Suppe gucken. Achso, ja. Warte. Geh rüber. Nein! Vorsicht, Maus! Ich geh rüber! Ich geh rüber! Die wurden geklaut mal wieder. Wir brauchen eigentlich mit Zwiebel so beißen. Nee, das ist wirklich gern. Ich brauch noch einen Pilz. Frisch und mit Zwiebeln. Ich hab hier auch Zwiebeln. Ich hab hier auch Zwiebeln. Was? Das Geräusch! Bräuchte noch einen Pilz, bitte. Ja, kriegst du? Das ist eigentlich mein Ding. Ach, der steht irgendwo. Der Pilz liegt da unten. Lieber, ich hab hier nur noch einen Kochtopf. Scheiße. Wir schaffen das nicht. 24. Der klaut schon wieder die Zwiebeln, weil du nicht aufpasst. Ja, wie soll ich denn aufpassen, wenn ich auf die Suppe auch noch aufpassen soll? Gib mir doch einfach mal die Zwiebeln. Warte, ich bin hier drüber. Ich brauch einen Topf. Gib mir einen Topf. Bitte, ich hab mein Topf hier. Hier, wo war ja... Zwiebeln. Ach so, ne, die hab ich. Bitte? Bitte? Wir schaffen es nicht. Nee, das ist nicht mal echt eine glamierende Runde. Wir sind so schlecht. 36? Wenn wir das jeden Tag hätten, könnten wir nach einer Woche irgendwie zumachen. Und nicht mal einen Stern. Oh Gott, wir sind so schlecht. 60 brauchst du, Alter. Für einen Stern. Ja, eben. Boah, das geht ganz schön in die Finger, du. Huha. Ganz schön einstrengend. Haihappen. Haihappen, uhaha. Wir brauchen jetzt eine andere Strategie. Ich weiß nur noch nicht, was für eine. Aber gut war ja die, dass wir das Gemüse rübergelegt haben. Wir brauchen... Was brauchen wir? Pilze war als erstes. Ja. Ich geb dir die rüber, du schnippelst, ich pack so ein Ding. Das ging ja gut hier. Wir dürfen die wahrscheinlich nicht so viel vorbereiten, weil sonst die Mäuse klauen. Das ist ja so hoch. Dann kriegst du jetzt den nächsten. Und das. So, danach brauchen wir Zwiebeln. Nein, das will ich nicht. Nein, das ist richtig. Die, 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 diese einen, den einen Pilz, da können sie ja klauen. Aber nicht das hier. Nein! 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 Ich hab den Pilz... Nein! Nein! Es brennt! Haha! Kinder, ich bin ein Feuerlöscher. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja, guck mal, wie das überall annimmt. Ja, dann löscht's halt. Das brennt immer weiter. Haha. Guck mal, ich bin ne Mei. Hui! Du sahst! Nöbel! Ich leg's nicht hin! Ich bin sogar zu... Oh, wir haben's gelöscht. Oh, mal guckt! Ich hab die Errungenschafts-overcooked gekriegt. Oh, jetzt müssen sie wegschmeißen. Okay, ich geb dir mal ein paar Pilze erst mal. Ach, du machst da Tomatensuppe. Ja, weil ich das schon vor... Ja, doch, aber dann haben wir zumindest schon mal Vorsprung. Dann haben wir wenigstens irgendwas fertig. Aber ja, aber... Na, gibt's auch. Hier, ich leg das hin. Scheiße. Na, alles nicht. Ja. Wie die Maus immer guckt. Okay, ist nichts da, dann gehe ich wieder. Das ist voll scheiße, Mann. Die bringen mir einfach nichts. Das sind kleine Ratatoullis. So, hast du jetzt die Zwiebel so gemacht? Ach so, ich gebe dir mal Zwiebel. Ja, warte, ich mache es gleich. Warte, ich boxe. So, warte, ich nehme die schnell weg. Ich tue die da mit rein. Ich gebe mir noch schnell eine. Du kannst schon mal auf den Topf stellen, den Topf. Nein, einen Teller will ich jetzt nicht. Du hast... Deine Suppe brennt gleich. Nein, macht sie nicht. Ich gebe es raus. Da ist die Zwiebel. So, wir brauchen Pilze. Bitte, du bist fertig. Na, gib doch die scheiß Suppe her. Ja, ich mache es schon. Ja, danke. Ähm... Bitte. Mein Kontrollgab riecht wieder. Der ist so überanspricht. Oh Gott, wir brauchen Teller. Hier ist noch einer. Ja, einer schon. Wir haben ja gerade Zeit. Wir brauchen alle für nur noch Pilze. Ja, ich mache es gleich. Das geht immer so schnell, schnell. Ja. Einige geben uns noch Mühe. Jetzt schaffen wir in 20 Sekunden eh nicht. Mit Glück ist die Suppe noch... Bleib mal da stehen! Lass den Scheiß voll und dann schau, was du bist du! Komm, die eine raus, 86. Ein Sterne stimmt bloß. Ich glaube, wir sollten unser Ziel vielleicht ein bisschen runterschrauben. Eins reicht. Geschafft ist geschafft. Komm, okay. Also die war jetzt echt schwer, ne? Ja, das stimmt. Das finde ich auch mit den Ratten und so.